Hallöchen Lieben und hier gibt es auch schon wieder die nächste Folge vom LS22 Projekt Grow Level Up. Und Wilma und Wolle sind nach wie vor noch mit ihrem Feld beschäftigt. Sie müssen ja ein Weizenfeld ernten. Ja und das Ganze muss natürlich auch weggebracht werden, sprich Weizen und Stroh. Und naja, Wilma muss jetzt ein bisschen, ja wie nennen wir es, drunter leiden, dass ich einen sehr schlechten Orientierungssinn habe. Beziehungsweise Wolle muss drunter leiden, weil ihm das glaube ich nicht bewusst war, dass mein Orientierungssinn nicht der allerbeste ist. Und dementsprechend kommt es so ein bisschen zu Spannungen zwischen den beiden. Aber letztendlich würde ich mal behaupten wollen, ihr schaut euch das Ganze selber mal an, wie die Gespräche waren und ja, ob wir am Ende den Weg auch gefunden haben. Und gut, dann you are the next player. Yes. Big player. Are you ready? I am ready. Geil, Mann. Okay. Drei, zwei, eins. Hallöchen, Lieben und herzlich willkommen beim LS22 Projekt Grow Level Up. Wilma und Wolle sind auf dem Feld unterwegs. Wolle ist gerade am Ernten. Wolle ist der liebe Tino. Meg Manus, seinen Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie von unseren Kontrahenten. Also schaut auf jeden Fall überall mal vorbei. Und dementsprechend würde ich sagen, Wolle, du hattest noch eine Idee. Du wolltest eben noch was sagen. Hast dich aber so geräuspern und hast dich verschluckt. Ja, Wilma, ich hatte eine Idee. Und zwar habe ich mir so überlegt, ob du vielleicht schon mal den Sammelwagen runterholen willst. Weil dann könntest du ja, sobald ich das erste Vorgewende drin habe und ich dann sozusagen hier immer erst den Drescher voll machen muss, könntest du ja schon das Stroh einsammeln. Also das heißt, wir könnten ja schon den zweiten Auftrag annehmen. Und dann könntest du das Stroh schon einsammeln. Zwischendrin, weil ich brauche ja hier ein ganzes Stück, bis ich sozusagen voll... Kannst du mal... Oh, du müsstest zu mir kommen. Ich bin gleich voll, sehe ich gerade. Ja, das mache ich. Oh, das ist aber jetzt... Kannst du das nicht so viel rein? Naja, doch, es gehen so ungefähr so, so... Ja, 9300 Liter gehen da rein. Okay. Genau, kommst du da durch hier? Ja, 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 gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Ich bin gleich bei dir. Dann, ja, dann laufe ich gleich zu Fuß da zurück, ne? 9300 Liter gehen genau rein. Also, ja, zu Fuß oder fragst dich, ob der Mirko dir schnell das Fahrrad bringt oder irgend sowas. Oder mich abholt. Dann kann ich auch noch mal kurz mit dem ein bisschen quatschen. Aber hallo, fandst du den, Willmi? Was? Mit dem fandst du? Ja, ne, kann man auch mal... Sich mitunter halt mal ein bisschen Bingo mitspielen und so. Ich meine, der Uli ist ja wirklich ein sehr, sehr lieber, ne? Willma! Ja. Jetzt reicht's mir. Was denn? Du kannst ja nicht immer mit jedem Bingo spielen gleich. Das ist ja furchtbar. Ja, ich muss die doch kennenlernen. Aber beim Bingo lernst du die Leute am besten kennen wolle. Was so, ne? Du kannst den keine 10 Minuten und willst schon wieder Bingo mit dem spielen. Und mit dem Uli wolltest du auch Bingo spielen. Ja, natürlich. Mit dem Uli will ich ja auch, ne? Der hat mir ja schon Orangensaft vorbeigebracht. Jetzt mach das da vernünftig. Ich mach das immer vernünftig. Das seh ich da gerade. Das ist nicht vernünftig. Warte mal. Ich muss mal die Cordula fragen. Was? 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 So. Ja, wo ist denn... Warte mal. Ich muss mal kurz... Wo ist denn der gute, ähm... Bingo? Ich glaube, den, ja genau. Ich glaube, den erreiche ich gerade gar nicht. Ja, dann hol einfach den Ladewagen. Also ich würde jetzt... Ich mach jetzt dir die Strohablage an. Das heißt, du könntest den ab jetzt schon einsammeln, wenn du willst. Ja, dann laufe ich mal eben zurück. So. Vielleicht erreiche ich den ja irgendwie zwischendurch auch nochmal. Wie mach ich das da jetzt am dümmsten? Warte mal. Ich wäre... Ich mach mir das GPS-Gab mach ich mir hier an. Genau. Ja, mach... Genau. Mach mal mit GPS. Das ist gut. Das ist gut. So. Strohablage an. Der Sammelwagen müsste ja ganz normal oben noch stehen, ne? Der Sammelwagen steht bestimmt... Ja. Ja, 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 ja. Da hast du recht. So, dann stech ich jetzt hier durch. Bin nämlich ein Durchstecher. Das sollst aber so nicht der Cordula sagen. Das macht ihr vielleicht auch Angst, ne? Meinst du? Solche Begräer weiß ich nicht. Ich muss ja jetzt sagen, ich weiß ja nicht, wie das ist so bei Bienenfreunden, ne? Wie die so... Meinst du, die sind ein bisschen komisch oder was? Weiß ich nicht. Also, der Damon, der ist schon... Also, der ist mir schon unsympathisch, ne? Der komisch ist der auf jeden Fall. Ja. Das willst du aber wissen, aber hallo. Also, ganz, ganz... Also, da wundert mich... Ich fand die Cordula wirklich sehr lieb und es wundert mich sehr, dass die sich so einen Kerl angelächert hat. Aber man muss ja dazu sagen, man weiß ja auch nicht, wie viele Bienenfreunde es gibt, wenn da die Auswahl nicht groß ist, ne? Ist halt schwierig. Dann nimmt man ja das, was man eben so finden kann. Und dann wird's auch ein Damon. Dann wird's auch ein Damon. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das wird's halt machen, ne? Du hast recht, Cordula. Naja, gut. Ich bin mir aber auch nicht so sicher, ob das mit den Bienen... Äh, ob's da so viele... Also, weiß nicht. Ist die Community da so groß? Das weiß ich nicht, du. Das ist es ja eben. Aber ich glaube nicht, dass es nur Cordula und Damon gibt. Ich glaube, da sind mehr. Mehr? Ja, da sind zwei Leute nur. Das ist ja, ne? Dann wär's ja schon traurig. So, guck mal. Da machen wir jemand mal hoch. So. Bist du schon oben? Ja, da ist schon der Mirko, Mensch. Wolle. So, mal Haare gerade machen. Sag mal, wie alt der ist. Und ob der einen großen Hof hat. Vielleicht ist das ein reicher... Ah, nee, der ist Unternehmer. Ja. Der hat gesagt, der ist Unternehmer. Den musst du ja warm halten. Der hat richtig Kohl auf dem Konto. Ja, Hallöchen Mirko. Sag mal, wo ist denn der Sammelwagen? Den war ich, ne? Ich fang auch schon mal an. Ich hab ihm... Ich hab jetzt Wolle da den Anhänger hingestellt. Dann kann ich schon direkt weitermachen. Ja? Wolltest du da schon direkt, Mann? Ja, wo find ich den denn? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Ne, der Wolle hat gerade schon angefangen. Also mit dem, ähm, mit dem, mit dem Ernten. Und ich wollte jetzt starten mit... Ich wollte jetzt das Stroh schon mal einsammeln. Deswegen brauche ich den Sammelwagen. Ja, das kannst du sehr gerne. Das ist dieses Gespann hinter mir. Ja. Das darfst du mit Trecker und mit Anhänger, darfst du das mitnehmen. Ja, natürlich gar kein Problem. Aber tust du mir den Gefallen, dann aktualisierst du das auf dem Tablet? Na klar, Mensch. Das ist doch gar kein Problem. Das mach ich sofort. Damit das immer auch aktuell ist und der Uni auch genau weiß, dass ich mich daran halte. Okay, dann nehm ich das einfach mal an, ne? Warum liegt hier Stroh? Das fragt man sich so oft, ne? Ja, das ist immer. Warum man eine Maske auf hat? Was ich da doch gar nicht wolle. Sicher? Ja, jetzt gerade hat er... Mirko, hast du zu Hause irgendwie eine Maske rumliegen oder so? Wer weiß. Achso, ja. Mensch. Und wie geht's dir? Achso, ich darf jetzt bestimmt nicht hier knatschen. Aber wollen wir mal meine Nummern austauschen? Dann können wir mal, ne? Quatschen wir demnächst mal. Das können wir gerne mal machen. Ja, gut. Guck mal, das ist mein Handy. Kannst du mal deine Handynummer eintippen und ich melde mich dann bei dir? Ja, okay. Warte mal. So, da hast du sie. Ja, danke schön, ne? Dann würde ich mal sagen, bis später und so, ne? Genau. Und Uli hat... Ist sein Lieblingsschmuckstück. Also vorsichtig, okay? Ja, selbstverständlich. Also, ne? Das, äh... Anders kann ich das gar nicht. Wo du es hinbringen musst, weißt du ja, ne? Um Sido. Nein. Hast du das auf dem Tablet? Hast du das auf dem Tablet gesagt? Achso, stimmt. Genau, das war jetzt da... Genau, fertig. Wo ist der Pferdestall? Ja, das ist, äh... Der Pferdefutter ankaufen. Das steht doch auf dem Tablet. Wo ist das? Ja, im Tablet stand das. Und wo finde ich das? Ich habe hier die Karte. Kannst du mir sagen, wo das ist? Ja, kann ich dir sofort sagen. Was sucht ihr? Das ist, ähm... Hier hoch, rechts hoch. Von dem Hof runter, rechts. Nächste Straße sofort links. Und dann sofort wieder rechts, der Hof. Ja, das hast du ja genau den richtigen erklärt, Mirko. Wieso? Ja, das hatte ich eh nicht kapiert. Jetzt hast du zweimal rechts und einmal links. Und dann ist das... Die Messe schon gelesen. Sag mal, Wilma, willst du mich jetzt verarschen? Was denn? Jetzt stell dich doch nicht zu... Komm doch erst mal mit dem Ding her. Ja, ich... Genau, wir klären das gleich, wo ich hin muss. Ja, da kriegen wir das schon hin. Okay. Ich rufe dich einfach gleich nochmal an, Mirko. Okay, wenn ich so weit bin. Telefonieren wir nochmal. Wenn du gleich vom Feld kommst, fährst du hier am Hof dran vorbei. Die nächste Straße links und am Ende rechts. Ich rufe dich gleich nochmal an. Ja, in Ordnung. Hatte ich eh immer noch nicht kapiert, Mirko. Kann ich dir jetzt schon sagen. Wolle. Wilma, na ist doch so. Sei doch nicht so. Naja, sei du doch mal nicht so, Menches Kinder. Kann doch nicht wahr sein. Dann bis später, Mirko, ne? Ja, bis später. Du, Wilma? Ja. Du kommst jetzt runtergebreddert. Nee, ich fahre vorsichtig jetzt hier mit dem Gespann hier lang. Ja? Ja, du kannst aber trotzdem ein bisschen Eier machen, weil ich bin schon wieder gleich voll. Ich bin bald da. Ich wollte ihn eigentlich nicht hier zum Stillstand bringen. Ja, das ist auch richtig so. Ich muss jetzt aber erst mal gucken. Ja. Mann. In der nächsten Straße wieder rechts. Was? Nächste rechts, okay. So, dann fährst du gerade aus zum Kreisverkehr, über Kreisverkehr gerade drüber. Jetzt nicht so schnell. Und dann fährst du links rein. Meine Fresse nochmal. Warte mal, hier rechts? Ja, hier rechts. Das ist richtig. Ja, hab ich doch gesagt. Nein! Du hast gesagt rechts. Nein, fahr links. Fahr links. Wilma, fahr links. Ja. Ich hab nur das gemacht, was du mir sagst, ne? Ich fahr jetzt links und gut ist, Mensch, jetzt, Kinder. Fürchterlich mit dir. Ich muss mir den Traktor ja auch noch selber ranholen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin gleich wieder da. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Lad... Oh, was ist denn das? Vorhin ist gar kein Problem. Sag mal, Wilma, hast du wieder alles abgehangen? Nein. Hä, wieso sollte ich was ab... Ja, natürlich hab ich das abgemacht. Warum auch nicht? Hä, warum sollte ich das denn dranlassen? Denn nur so... Ist in Ordnung. Steht alles oben. Ja, also... Oh, der ist dann auch schon wieder voll, Wilma. Ja, hätte ich. Den kannst du dann gleich als erstes wegfahren. Ja. Ja, pass auf, das ist ja alles nicht so schlimm. Ich hab ne Idee, Wilma. Du hast jetzt nen Traktor mit nem Ladewagen gekriegt, ne? Ja. Ja, pass auf. Ich hab ne Idee. Okay. Du kümmerst dich. Ganz wichtig ist erst mal, dass das Getreide vom Feld kommt. Ja. Das ist quasi das Erste. Das heißt, du kommst jetzt mit dem Ladewagen runter. Ich bin schon da. Dann schnappst du dir jetzt hier den Traktor. Ja. Und fährst das Getreide ins Silo, zum Mörko. Oder besser gesagt, zum Uli. Ja. Ja. So, pass auf. Und dann kommst du wieder runter, ne? Ja. Und dann fängst du an, Stroh einzusammeln. Ja. So lange ist der Anhänger wieder volles. Ja. Das ist ja, das ist ja auch nicht das Problem. Was ist nicht das Problem? Und du musst dich ein bisschen, oh scheiße. Du musst dich ein bisschen beeilen, weil ich hab nämlich, äh, noch 28% drin. Ja. Also gib mir jetzt richtig Gummi. Ich wollte sagen, das hier bringe ich jetzt, äh, zu Ulis Hof, ne? Ulis ins Silo rein, bei Uli. Ja. Hab das Silo da vielleicht noch gar nicht gesehen. Aber der Mörko ist bestimmt noch vor Ort, der kann mir das ja zeigen. Wilma. Ja. Das Silo ist auf dem Hof vom Uli. Da, wo wir eben weggefahren, wo ich weggefahren bin? Da, wo wir immer sind beim Uli. Na, der hat ja so, der hat jetzt quasi, das ist ja... Wo bist du denn immer beim Uli? Da, wo die Kühe sind. Genau, Wilma. Und da muss doch ein Silo sein. Ja. Und da fährst du hin, Wilma. Okay. Und dann suchst du das Silo und dann gibst du das da einfach rein. Ist, glaub ich, ne ganz... Scheiße anmachen. Ne, glaub ich, ne ganz einfache, äh, äh, Geschichte. Ja, natürlich. Das ist... Ich wollte ja nur gucken, ob du aufgepasst hast. Und dann kommst du mit dem Ding wieder hier runter und währenddessen kannst du da schon Stroh einsammeln. Ich lehre aus, fahr weiter, dann noch mal aus und dann musst du wieder da hochfahren in das Silo und dann musst du wieder abtanken und dann kommst du wieder runter. Und dann? Und dann? Da bist du aber immer Stroh ein- und fährst schon mal die eine oder andere Ladung weg. Weil so kriegt man das Stroh halt so langsam verfällt. Und dann? Und wenn ich nämlich fertig bin mit Rechen, hab ich nämlich nichts mehr zu tun. Aber da hab ich mir schon gedacht, so, ähm, naja, äh, zur Zeitoptimierung könnte ich mir ja den Ladewagen, den wir besitzen, noch nehmen und könnte ja gleichzeitig Stroh mit einsammeln. Ah, ah, ah. Und dann? Ja, dann fahren wir zusammen das Stroh weg, dann sind wir schneller fertig. Und dann? Kommt der nächste Auftrag hoffentlich. Und dann und dann und dann und dann. Okay. So. Ist aber echt nicht schnell hier, ne? Ich hoffe, du hast meinen Plan jetzt so ein bisschen, äh, äh, nachvollziehen können. Ja, hab ich, glaub ich. Oh, 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 oh. Muss hier rein. Ja. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn's schnell geht. Nee, also, wir machen das hier ganz entspannt, Wolle. Das weißt du doch. Adi. Nur nicht hetzen. Naja. Ich kann's ja du nur immer so eine Ruhe haben. Ich versteh das nicht. Ja, du, das, ne, das kommt alles durchs Yoga und Meditieren. Ich hab dir auch gesagt, das solltest du mal machen. Das tut dir gut, das tut doch deinem Kreislauf gut, deinem Blutdruck und so weiter. Ja, der ist eh schon im Arsch. Nehme ja schon seit 30 Jahren Tabletten dagegen. Ja, und siehste, würdest du mal mit Meditieren und Yoga anfangen, dann wäre das alles schon wieder was ganz anderes. Ja, was soll ich denn immer mit den Tieren machen ständig? Meditieren. Oh, ich komm hier niemals hoch. Ja, aber was denn mit den Tieren immer? Du sagst immer, würdest du mal meditieren? Würdest du mal meditieren? Ich weiß nicht, was ich mit den Tieren machen soll. Geh hin, ich streichle die, ich bin ja auch nett zu denen, ich rede ja auch manchmal mit denen, ist ja alles schön und gut, aber was soll ich denn noch mit denen machen? Ich nehm dich einfach mal mit. Wohin? Zum Meditieren. Nix mit Tieren. Und außerdem muss ich dir jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, Wilma, ich weiß nicht, ob du mich da seit Jahren schon ein bisschen verarscht. Bitte. Ich hab noch nie von dem Meditier gehört. Nee, Wolle, du verstehst mich da. Ja. Karnickel kenn ich ja alles, aber Meditieren kenn ich überhaupt nicht. Du willst nie mitkommen zu den Kursen, dementsprechend, ne, was soll ich da halt sagen? Ich kenn sogar das Döner-Tier. Ja. Aber das Meditier hab ich noch nie gesehen. Und weißt du, was ich glaube? Ja. Das ist wieder so ein neumodiges Ding, so eine Welle, auf die du da aufspringen willst. Und du, du wartest jetzt mal kurz, ich muss mit Mirko reden. Warum denn? Bei Mirko. Du findest das Silo nicht, wa? Hallo, Wilma. Ist das hier vorne? Soll das da rein? Ja, genau. Kannst du hier direkt durchfahren. Normalerweise sollte das hier direkt, kannst du es reinkippen. Okay, gar kein Problem, Mirko. Kriegen wir hin. Mach ich ja seit Jahren schon. Merkbar, ja. Du seid doch so erfahren. Sicher? Ich wollte es gerade sagen, Wilma, du drückst die Quote ganz schön nach unten. Also die Wolfgang-Quote. Bist du dir sicher, Mirko? Ja, warte, ich komm mal her. Lass mich mal einmal vergucken. Nur gucken. Den Rest mach ich selber. Oh, Wilma, ich sag dir, wie es ist, ne? Ja. Ich hab grad ein kleines Hirnschen. Wovon? Ich sitz' grad in dem anderen Fendt mit dem Ladewagen. In dem 1050. Ja, das ist schon ein schönes Teil, ne? Der ist ja abgefahren, sein Urgroßvater. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Junge, der hat einen Sound. So, jetzt haben wir die Luke mal geöffnet. Willma, probier doch jetzt nochmal. Okay. Ja, danke, Mirko. 1050 ist echt eine feine Sache, ey. Muss ich wirklich sagen. So einen wollte ich früher auch immer am Hof haben. Ja, dann soll ich da nochmal mit dem Uli Reh... Oh, ich kann auch mal Mirko fragen. Vielleicht hat der ja auch so ein Schmuckstück. Das machen wir schon. Das machen wir alles wohl. In dem Fall hier ist Speed keine Droge. Oh, Wolle, du bist schon wieder so ein Schelm, ne? Ein was? Was? Was bin ich? Ein Schelm. Was für ein Schelm? Ein Witzbold. Ach so, ein Witzbold. Nee, ich kenn Schelm tatsächlich. Oh, scheiße. Ich kenn Schelm tatsächlich. Umgangssprachlich, sagt man bei uns auch, ne? Ja? Ja, ja. Aber Mirko, bis später, ne? Ich dank dir. Ja, tschüss. Tschüss. So wie der klingt, hat er doch vier Dobolader. Das ist doch nicht normal. Junge, der brüllt. Und pfeift und zücht. Und wenn ich vom Gas gehe, macht er... Will mal. Das ist ja, siehst du, das ist aber genau das richtige Gefährt für dich, ne? Das ist das Blow-off-Vendil, was da aufgeht. Ja, sehen wir mal zu, ne? Das ist ja... Guck mal, wenn wir hier so gut helfen, dann ist es ja das Mindeste, was er da machen kann für uns, ne? Ja. Oh mein Gott, was hab ich denn jetzt alles angemacht? Sag mal, wie kann ich... Oh, scheiße. Sag mal, Willma, wie kann ich nochmal diese ganzen Linien da wegmachen? Äh, Alt-W. Oh, danke. Gerne. Große Taste dann immer. Du bist auf dem Rückweg, oder? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ich hab sogar den Weg gefunden ohne, ne? Das ist jetzt ganz entspannt. Ich weiß genau, wo ich lang muss. Ja. Du kannst den ersten Ladewagen Stroh gleich wegfahren. Yay. Ist ja toll. Ja, und Wolle, ich darf dich dran erinnern, dass du mit Wilmi arbeitest und die guckt sich halt die Gegend ein bisschen an, ne? Wenn sie unterwegs ist. Kannst du am Wochenende machen. Ja, nee. Ja, doch. Nee. Unfassbar, die Frau. Das ist meine Schwester. Also, man sagt ja immer, Geschwester können so verschieden sein, ne? Äh, Geschwister, nicht Geschwister. Ja, Geschwister, immer diese Geschwister. Ich weiß auch nicht. Ich kenne mich an. Was ist das? Ja. Lala. Hast du den Unternehmer jetzt mal gefragt, wie viel Kohle der auf dem Konto hat? Mensch, Wolle, das macht man nach und nach. Damit fällst du auch nicht mit der Tür ins Haus. Na, warum nicht? Wolle, deswegen funktioniert das bei dir immer nicht. Was nicht? Ja, mit den Frauen. Wenn du da schon direkt so rems, bäms da rein, das geht nicht. Ja, man muss doch mal die Verhältnisse vorher klären. Das ergibt sich doch in den Gesprächen. Das will ich doch wirklich mit dem Bingo spielen. Ja, und dann hast du auf die Zeit investiert und dann bist du total scharf auf den und dann hat der keine Kohle. Dann kannst du dir das auch schenken. Ah, nein. Ich hab da meine Taktik, Wolle. Hat schon immer geklappt. Aber denk dran, ich krieg die Hälfte ab. Ja, es kommt ja nur, ja, das, du kriegst ein bisschen was ab, wie immer. Ja, natürlich. Ich bin dein Bruder. Sag mal, weißt du jetzt, wo der Dings ist, dieser Pferdedings? Nee. Du hast gesagt, du hilfst mir dabei jetzt. So, pass auf, der Ladewagen ist voll. Ja. So, dann enden wir mal. Der hier ist auch bald wieder voll. Ja, super. Mir 40 Prozent. Ein bisschen stressig grad, ne? Ne, für mich null. Ah ja, stimmt. Also ich bin hier eigentlich gut im Geschäft, muss ich sagen. Warte doch. Bist du noch nicht, lass mich doch... Wilma. Ich werde doch selber sehen, wann der Drescher leer ist. Meinst du dich auch? Ja. Der hat tatsächlich das so ein Neuer, der hat so eine Anzeige hier drin, weißt du? Ach, ach ja, ja, ja. So ein ganz neuer, ja, ich verstehe schon. Ich habe nur hinten geguckt, wie voll der Anhänger ist, ne? Da ging ja noch was rein. Ja, in den Anhängern ging was rein. Aber wenn dem Drescher nix mehr drin ist, bringt das nix. Kann ich da lange stehen und warten. So. Also Wilma, pass auf, folgendes. Du fährst jetzt, äh, ich weiß nicht, wo das ist, weil der, der, der Mirko hat dir das ja erklärt. Oh, warte mal. Mirko. Ja? Erklär mir mal nochmal, wo das ist hier mit dem, mit dem Dings hier. Die Wilma fährt, fahr mal rechts, Wilma. Ich fahr, ich fahr doch schon. Also sie fährt, du solltest rechts fahren und ich fahr mal schon. Ich fahr zum Kreisel. Ja, okay, erklär mir mal vom Kreisel, Mirko. Ja, du fährst wieder Richtung Hof hoch. Hoch? Ja, halt, stopp. Ich muss erst soweit sein. Halt, stopp. Du bist jetzt ruhig, ich höre mir das an. So, weiter. Am Hof, direkt nach dem Hof biegst du links ab. Warte mal, also erst mal zum Hof und dann in den Hof reinbiegen. Nein, nein. Also in die Straße. Du hast ja beim Hof haben wieder hier eine große Kreuzung und da biegst du dann links ab. Ja, weiter. Und da kommt dann nach auf der rechten Seite an der Straße direkt die Pferdezucht Stroh ankauft. Soll'n das sein, Mirko. Das ist aber nicht bei diesem lilanen Hof. Ach, hab's. Alles klar. Will mal geradeaus, 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 geradeaus. Oh, das sind Sonnenblumen. Die wollen wir nicht ernten. Halleluja. Das war knapp. So, pass auf, Willmar. Du fährst jetzt in die nächste Kreuzung links. Ja. Oh, da ist die Cordula. Ich fahr' der mal hinterher. Und dann die nächste Kreuzung, wo das kommt. Da auf der rechten Seite. Da ist das. Hier links, sagst du, ne? Ja, nächste Kreuzung links. Was ist denn das Problem? Sag mal, hast du bei der Fahrschule der Fahrlehrer auch immer nach? Der war halt auch, ich hab, der war halt schon süß, ne? Wer war süß? Der Fahrlehrer. Ja, wer war das nicht in deinem Leben bis jetzt? Meine Güte noch mal. So, da musst du rein. Ist das die Cordula da vor dir? Ja, das ist die Cordula. Ja, dann mach mal ein bisschen Aja. Die sammeln auch schon Stroh ein. Ja, tun sie auch. Ich mach das jetzt so wie sie und dann passt das auch. Kann ja nicht wahr sein. Lass mich jetzt hier machen. Cordula grün. Hm, so. Gut, na ja. Willst du dann... Ist jetzt auch hier richtig, ne? Wilma. Ja. Jetzt ist gut. Nee, Wilma, jetzt ist gut. Wilma, hör jetzt auf. Pferdezucht und Strohankauf. Ja. Wilma, du sollst doch einfach nur auf dieses Gitterbrett und sollst die Scheiße da hinten rauskippen. Ja, das mach ich doch jetzt. Jetzt ist gut hier. Ja, aber du stellst immer alles... Warum hinterfragst du denn immer alles so oft? Na, das ist nur... Ich möchte mir... Ich möchte nur sicher sein. Weil, ne? Du ärgerst mich... Wenn wir Mensch ärgere dich nicht spielen, hab ich mich auch so oft schon auf dich verlassen wolle. So oft. Auf mich? Hast mich immer wieder enttäuscht, ne? Also bin ich vorsichtig. Du weißt schon, dass man Mensch ärgere dich nicht zusammen... Also nicht zusammenspielt. Du sagst immer, das machen wir als Team. Ja, und das sehe ich dann. Ja, aber das ist doch... Mensch, ärgere dich nicht. Das geht doch gar nicht als Team. Ja, ich verlasse mich ja trotzdem auf... Ne? Du versprichst mir dann, diesmal machst du es nicht so. Ja, Pustekuchen. Ja, wenn ich aber nur meine fünf würfele und du bei der fünf stehst, da kann ich ja jetzt aber auch nichts dafür kodeln lassen. Du könntest ja dann auch einfach sagen, okay, du darfst trotzdem weiter. Ist okay. Weil du meine Schwester bist. Nee, aber jetzt will ich dir mal ganz klar was sagen. Beim letzten Mal Monopoly hast du mir auch nicht den vierten Bahnhof gegeben. Tu mal hier gar nicht so oft groß machen. Nee, das mache ich auch nicht, weil du weißt, dass ich die Bahnhöfe immer sammle. Da nimmst du mir auch keinen von weg. Ja, du, immer, du, immer, du. Du kriegst immer alle Bahnhöfe. Ich habe noch nie alle Bahnhöfe gehabt. Nee, ist ja auch immer zu langsam. Ja, und da hatte ich drei Bahnhöfe, hättest du mir den vierten Bahnhof da geben können, Cordula. Nee, wieso Cordula? Ich heiße nicht Cordula. Ja, siehst du, jetzt rege ich mich schon wieder auf. Wilma. Ja. Die Mutti hat gesagt, wir sollen nicht immer so viel streiten. Ja, aber beim Mensch ärgere dich nicht. Und Monopoly ist halt immer so. Am schlimmsten war es ja, da hast du dann halt einfach das Brettspiel vom Tisch geworfen. Nur weil du nicht... Das hat mir aber auch gereicht, hat mir das. Nur weil du die eine Allee da nicht bekommen hast. Wo ich dir gesagt habe, jetzt übertreib mal nicht. Und Risiko spiele ich mit dir ja schon gar nicht. Da weiß ich, das wird nichts. Pass mal auf. Ja. Monopoly, da muss man halt auch eben verhandeln. Der tauscht mal eben. Und du tust ja nie verhandeln und nie tauschen. Und das geht auch nicht. Muss abgedankt werden, 90 Prozent Cordula. Ja. Die Blinklichter sind an. Ja, es ist ja richtig, aber tauschen und so ist... Aber wenn ich die Sachen selber so sehr mag, warum sollte ich denn dann tauschen? Abtanken. Ja. Ich stelle dir hier das Sammelmöhrchen wieder hin. Sammelmöhrchen? Warum denn Möhrchen? Das weiß ich nicht. Hier ist doch... Ach so, abtanken. Wieso nennt man denn ein... Wieso nennt man denn ein Traktor mit Sammelwagen Möhrchen? Wegen der Farbe. Guck mal, ich fahre ja immer in die Sonnenblumen rein beim Rumdrehen. Aber da braucht der Möhrchen, um mir gar nicht Blöde kommen. Das sage ich dir gleich. Ich habe denen gesagt, zwei Vorgewände. Ich habe dir gesagt, wenn er was sagt, sagst du, das war schon so von den Wildschweinen. Ja. Wildsauen. So. Und du fährst jetzt quasi... Lass mich raten. Du fährst jetzt das wieder hoch gleich, ja? Ja. Gut, dann sammle ich hier schon wieder ein. Da weiß ich ja auch, wo das ist in Not. Wenn der Mirko da ist, frage ich ihn nochmal, ob er hilft. Also ich würde dir jetzt nochmal... Soll ich dir nochmal erklären, wo du hin sollst? Brauchst du nicht. Sicher? Ja. Noch? Ja. Du findest auch beides wieder, auch das mit den Pferden. Weiß ich nicht. Och. Bülma. Ja. Du möchtest gerne mich zu ärgern, ne? Nee. Na klar. Manchmal. Manu, ey. Nee, das kriege ich hin. Gar kein Problem. Ich weiß schon... Der ist hundertprozentig voll. Geil. Randvoll, möchte man sagen. Muss ich ein bisschen beeilen. Ich hab schon wieder 25% drinne. Ja, da kannst du ja zwischendurch wieder Stroh sammeln. Nee, wenn dann, äh, drech ich weiter. Nee, ich, 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 ich sammle schon Stroh, das meine ich ja. Ach so. Aber warte mal, du hast ja recht, der Drescher ist jetzt gerade leer. Dann kann ich ja da erstmal weitermachen. Das wär besser. So. Einmal rum hier. Oh, der hat hinten zwei Lenken der Achsen. Will mal. Ja, siehste. Dann tobt dich damit mal aus. Kannst du damit noch umgehen. Der kann richtig hängen den Kurven rum, kann der. So. Geht das oder brauchst du ein Päuschen? Na ja, ich sag mal so, ich hab ja schon ganz schön hart gearbeitet. Ich hab fast das ganze Feld schon abgeerntet, Willmar. Ja, also ein Päuschen, ja? Ja, ja, lass uns nur mal ein Päuschen machen, ja. Beauty. Warte, lass mich erst hier einmal den Hang hochfahren, sonst ist gerade ein bisschen schlecht. Aber dann machen wir gleich ein Päuschen. Ja. Und eine schöne Stulle. Eine Stullenzeit. Da hätt ich Bock drauf. Bring ich dir gleich mit, ne? Aber mit der, mit der, mit der Stulle? Mit Marmelade? Nee. Nee? Sag mal, hast du mal auf den Dach guckt? Ich esse das 17.32 Uhr, keine Marmelade. Okay. Ich würde gerne, äh, weißt du, was ich gerne hätte? Ja? Ähm, Dings hätte ich gerne, ähm, 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 hier diese Streichwurst, ähm, äh, Leberwurst. Ja. Guck ich mal, was ich da finde. Wenn du hast, ne schöne Leber, ach, ne schöne Leberwurst und ein saures Kürkchen drauf und ein bisschen Zwiebel. Das wär's ja, da gucken wir mal. Aber jetzt ist Feierabend. Na gut. Wir sind nämlich am Ende, ihr Lieben. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Schaut auf jeden Fall bei allen anderen vorbei. Wie gesagt, Tino ist bei mir in der Videobeschreibung mit drin, sein Kanal. Das ist er. Das ist der liebe, liebe Wolle. Genau, wir freuen uns auf eure Kommentare und dann würde ich mal sagen, es war mir wie immer ein Fest, lieber, äh, Wolle. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.